Die Ticketkasse im Kino Diese im englischsprachigen Raum auch Box genannten Kassetten verfügten lediglich über einen Einwurfsschlitz, ansonsten jedoch über keine weitere Öffnung, eben um sicher gehen zu können, dass die sich darin befindlichen Münzen nicht von Unbefugten entnommen werden konnten. Nach Vorstellungsbeginn eines Theaterstücks wurden jeweilige Boxen in ein Office gebracht, was zu Deutsch nichts anderes als Büro bedeutet, wo sie dann unter Aufsicht zerschlagen und die jeweiligen Einnahmen gezählt wurden. Somit war es möglich, den Erfolg oder aber Misserfolg einer besuchten Vorstellung ermitteln zu können, was man auf die heutige Zeit übertragen als Ermittlung der Einspielergebnisse werten kann, welche, wenn man jetzt rein vom Kino, ergo Filmen an sich ausgeht, von den USA von jeher für einzelne Filme veröffentlicht wurden. Wohingegen im europäischen Raum dies erst seit einigen Jahrzehnten üblich ist. Wobei es zudem sehr interessant ist zu wissen, dass Deutschland hierbei den Erfolg eines Filmes an den Besucherszahlen festmacht und eben nicht direkt an den finanziellen Einspielergebnissen. Doch so oder so ist dabei immer das Eröffnungswochenende eines Filmes von großer Bedeutung. Einfach, da man davon ausgeht, dass an diesem besonders viele Cineasten eine jeweilige Filmvorstellung besuchen, was je nachdem wohl auch oft der Fall sein dürfte. Sollte sich ein Kinofilm letztlich jedoch als Filmflop erweisen, wird er im Fachjargon schlicht und einfach als Box-Office-Bomb bezeichnet. Sollte sich ein Kinofilm letztlich zu sehen, wird er im Fachjargon schlicht.